Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde in Let's Placing of Mana 2, der deutschen Übersetzer von den G-Trans Version 2.02 und der Kill Bill ist der Samenmeister. Ja, ich bin Samen, ich bin der Bissamer. Und die Mary ist noch immer die Jump-Mary. Genau. Ja, weg jetzt, jetzt. Wohin, wohin? Wohin gehen wir denn jetzt? Na, weg Trommeln auf jeden Fall. Das war voll fett ein Abtrommel. Jetzt können wir uns sogar auch nicht tot auslassen. Ja, jetzt können wir uns alles kaufen. Geil, ist immer geil, Mann. Wow. Das ist ja der Hammer. Wir sind so pro, ey. Gehen die Punkte nicht weg, ne? Ne, leider nicht. Müssen uns merken, wo wir rumkommen. Stimmt, zumal da irgendwie was. Wir sind so pro, ey. Vergessene Ruinen des Lichts. Da wollte ich eigentlich hin. Bin rein. Geh nein. Dann nein. Gehst du dann nein, dann nur. Fuck. Das are the forgotten realms of the light. Of the light realms. Hey, wieso bin ich Mary? Hey, wieso bin ich Mary? Weil du gerne ein Mädchen wärst, keine Ahnung. Ja, das ist immer so, wenn du Luft einsetzt, dann fliegen wir irgendwie raus. Und zumindest ist es bei mir so. Ja, Mary, mach mal. Ja, mach du doch mal, du bist doch. Na, ich trich rauf und bin. Ja, dann bist du, wo? Nee, jetzt bin ich niemand mehr. Hä? Also, ich bin ich. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt muss nur noch Mary. Ja. Ja. Mary bist du? Ja, Mary ist. Wahnsinn. Wir legen, wir legen, wir wieder. Ja, wir legen, wir wieder. Ja, wir legen, wir wieder. Keine Ahnung. Wir haben zu auf Start gedrückt, war ich. Ja, genau, der hat sich doch auch für die sowieso so langsam spielen, dass sie da und Start drücken, ja. Nee, nee, die drücken da auch und starten müssen nicht wer mehr ist. Was? Das war wieder ein Ritter? Wo ist denn Ritter? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe auf eins gedrückt, dann sehe ich ihn. Ach ja, stimmt's. Oh ja, das ist verrückt, glaube ich. Der heilt sich lieber selber statt nicht, weißt du? Ja, ja, was du wünschst, du hast voll cool. Guck mal, was du machst, siehst du? Voll kurs. Weil ich kann. Wir hätten einkaufen sollen. Nein. Na, jetzt heilt er sich doch nicht. Arsch raus. So, Mary, heil dich am besten selber, Kielbe will nicht. Doch, ich will. Du willst. Wir müssen eh aus dem Lager das Zeug rausholen. Ja. Das außerdem. Ich nehme jetzt keinen Honig. So, könnt ihr jetzt hier mein Charakter aufhören, die diese komische, hässliche Spackenkaulquammern anzugreifen? Du könntest mal mit angreifen, Mary hier. Ja. Na, wenn die fast tot ist und du sie nicht heilst, kann ich das schon verstehen. Ja, jetzt ist ja nicht mehr tot. Ja, jetzt komme ich auch. Ausführen. So, hat mir schnell noch ein Timer gestellt. Ein extra Timer. Extra Timer. Dingelingeling. Fuckin. Oh, die ziehen so viel ab. Wir brauchen echt Rüstung. Wir brauchen echt fucking Rüstung. Oh, Scheiße, ey. Okay, will es tun. Ja, du mich mal aufhören. Weil ich euch die ganze Zeit geheilt habe. Ja, das sitzt man über den Ritter angreifen. Ja, was denkst du, was ich ganz alt mache? Lebt der Ritter noch? Ja, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Drück mal, drück mal eins, Mary, dann siehst du es. Eins? Auf der Tastatur. Ja, ich... Gut, ich muss das mal levelen. Was nehm ich denn? Willst du mich veralbern? Ne, das ist Mary, okay. Boah, ich wollte gerade sagen, was Kill Bill ist tot und kriegt ein Level ab? Äh, das wär's. Ja, ich nicht mal. Stärk. Huuuah. Äh, auch, ja. Das ist ja gar nicht schlecht gewesen. Sieh mal, was wir hier gekillt haben. Wir haben voll die Monster gekippt, kriegen alle Level ab, ja. Weil wir so ultra-froh sind. Froh sind, ultra-froh sind. Heil mich Kill Bill, bitte. Oh, und greift jetzt hier wieder den Bubi-Dino an, ey. Ohne Scheiß. Ich hab Angst vor dem Ritter, wenn ich 68 lebe. Ja, definitiv. Helfers, wieso? Heil mich doch! Ja, mein, du bist doch schon... Heil you. Heil you! Heil you can. Heil you can. Warte mal, jetzt gibt's Special, ja. Bah, mir die Fresse. Ja, und der könnte trotzdem endlich mal verdammt nochmal sterben. Das ist ja wieder entgegen. Er hat bestimmt auch hier vier Phasen oder so eine Scheiße. Wahnsinn. Das auch, ne? Ich mach den Leer mal wieder an. Oh, ich hab den zweiten Leer ausgemacht, nicht den ersten. Ach, hier war... Das war dieser Raum ohne... Ohne Sinn und Verstand? Auf jeden Fall sind die sehr schwer. Ja, und wo sind die Katzen vor allem? Na, die Katzen sind irgendwo... Na, die kommen immer dann, wenn's losgeht. Achso. Ja. Also, es geht ja noch nicht mal los, wir sind noch am Anfang und sterben da schon. Na, weil die Katzen nicht da sind. Ja, die würden uns echt cool was bringen. Können auch einfach woanders hinfliegen, wo die Gegend nicht so stark sind. Naja, komm, wir machen jetzt mal die volle Herausforderung. Voll, ne. Die Gegner sind überall stark, also. Ja. Also, ganz leicht sind sie mir so. Vielleicht leveln die in dem Moment ja auch ein bisschen mit. Kann auch sein, ja. Gebe ich dir nicht mal Unrecht. Wobei, dass das Schlimmste ist, was man im Spiel machen kann, wenn die Gegner mit leveln. Ne, lass mal unten lang gehen, diesmal. Ich glaube, das ist auch Krattenkraft. Gebel, du bist fast gebot. Gebot. Ähm, hol mal Zeug aus dem Lager raus. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Go to the legger. Das mache ich. Ich brauche Quellenöl. Na, mein Schirr Honig. Honig? Honig war nur nicht. Oh mein, David, äh, David, David. Hameha. Damit haben wir da. Ich dachte, du hast gesagt, Kamehameha. Nö. Kamehameha. Du bist ja Schokis, die sind wohl alle. Ne, doch hier, einfach. Irgendwo muss. Da war es noch 54 Schokolade. Ah ja, wir haben noch genug Schokolade. Nicht mal jetzt im Rucksack. Also im Nicht-Rucksack, in der Hosentasche, damit ich schön schmilzt und so. Ja, ja. Steinfall. Bum, 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 bum. Ah, Ausschlussung. So, tut. Ui, 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 ui. So, Kurs, man. How, nein? Wieso, Kurs, Kippe? Kannst du da eigentlich aus dem Bild rausgehen, wenn ich mich zauber mache? Mach mal. Jetzt raus, wenn man raus, weil das? Warum sollte ich das tun? Weil ich will wissen, ob da auch man rausreiten kann, wenn du den Zauber machst. Oh, jetzt voll zu spät, Mann. Du solltest dann rausrennen, wenn ich spiel. Ja, ich soll es dann mal rausrennen, wenn ich den, den K1, so dass man keine Magie abzieher, wo trotzdem auf geht, weißt? Ein Backen-Using. Nee, ich glaube, es geht nicht. Man kann sich nicht bewegen mit den Zauberst. Doch. Nein. Ihr könnt euch bewegen, wenn ich zauber, oder? Nein. Nein. Ja, bevor der gecastet wurde, können wir uns bewegen, ja. Aber wenn der ausgeführt wird, können wir uns nicht bewegen. Dann macht das mal genau in dem Moment, wo ich das ausführen will. Ey, ups. War zu früh. Du hast keine Absicht. Ich bin da noch nicht durchgekommen. Jetzt haben wir zwei Wege. Aber ich gehe erst mal runter. Irgendwie sagt man das mehr zu. Zwei Wege? Ja. Scheiße, wir sind richtig gelaufen. Werden hochgehen sollen, glaube ich. Nee, Quatsch, nee, lass mal rechts gehen. Rechts geht's nicht lang los. Er wollte uns hier nur zeigen, dass er in der Kiste ist. Wie armseh, Mensch. Wie armseh nicht. Armseh nicht. Das ist nicht mal armsehlich, das ist armsehlich. Ja, das ist so armsehlich, dass man so... Das ist eine neue Stufe von armsehlich. Das ist the best of. Best of armsehlich. Warte mal, hier legst du jetzt auch lang. Geht's doch eigentlich. Nein, hier geht's doch weiter. Wo geht's weiter? Ich will zu links gucken. Ich suche das ultimativen Versteck, versteck da. Speicherpunkt aus. Hier ist einfach mal gar nichts. Es hätte ich ja auch ruhig nicht die Statue stehen können. Da hätte er auch nicht die Statue stehen können, ja. Könnt. Hätte ich mich verarschen. Und seit wann steht das so dran? Oh nein, das ist so gutes Radar. Oh, oh mein Gott. Dead Ritter. Und Pink macht wieder nix. Ja, ich hab hier gerade nur was. Aber ich kick ihn. Bam. In die Fresse. Oh, der heilt sich schon wieder. So ein Arschloch. Ja, ich will mal tot zaubern. Geist schon. Ne, der macht keine Magie, der ist mehr der andere da. Abwehr, ja, oder Kraft schon, Kraft schon, ja, das ist ja gut. Ne. 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 So Es kann nicht, ich kann nicht wählen, ich kann nicht wählen, es muss. das ist jetzt kannst jetzt kann es wählen rachen oder auch schlopft ist was level 32 ist ja was haben wir für level wir haben 27 das kölzer hat das oberst gilt und bis gleich du musst eine schul in dem show ok du kannst dich heilen ein schulman 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 ich mache schlacht auch nicht ich habe mich aufgeladen aber gut 3 minimal oder das übelste jetzt habe ich gerade den übelsten packer von zeugs hat das auch gehabt nur der schrift du hast ja aufgenommen wir haben nichts gar nicht ohne dich bekämpfen und so wir wollen so proben wir wollen so nicht die einzige die lebt gleich noch mal 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 sofort noch ein paar so abnästen das geht mir ab gleich noch ein voll krass so eine kleine exe hat die heute alle kaputt wie saue ja weil ich schläfst du mit anderen latsch ich bin wieder am leben kämpfe mit und als mary und dann ist ja das kein problem ist ja los so als bin ich gleich so war immer noch keine miete gott zum einkaufen ist aber aufpassen wenn so eine kleine exe und so voll weg die steht da muss man echt aufpassen ohne scheiße der das voll weg und ich habe das zu sehen wir sind ja nicht willkommen überhaupt nicht ja das doch nicht auch kann auch kubild auf special selber auf jeden fall sind die echt ob es gilt ja die sind echt mehr krass früher heftig und die retter sind am brutalsten ja definitiv wir sind wirklich und weil kummer ist für erfahrung kriege 200 euro ist hier aber bei den anderen gegnern auch bekommen die leichter waren ein bisschen leichter wenn ich brauche aber jetzt aber jetzt zwei jahre ist so wie du ja jeder kriegt ja eine bombe ja ich weiß man die runde kraft zu wird die runde geht aufs haus eine runde kraft zu wir reden wohl wir wie wie unter und 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 ja und yep Das sind die Mütter der Oberpopos. Wir sind hier total verkehrt hier müssten katzen eigentlich sein irgendwo müssen die kommen das heißt hier irgendwo müssen die kommen die müssten eigentlich schon links da sein was ist da was ist das das ist diese geheime tür oder das sieht aus als wenn wir zwei steine aktivieren nein gut das zettel wir sind zettel ja das ist das neue die ob es hier kaputt wurden die Oberqualität kaputt geboten die Böbelquellen fuck ich mach auf die Moves ja gesprengt oh oh nein die sind alle süße Thesen geworden die sind gemuggelt gemuggelt was machen wir da jetzt ich hab special sein rätemisch ich bin ein Muggel hm 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 ich hab dir das malersort gegeben eh prophets matt guck mal wie wegg ober da terte sein wird wir voll die renne derguck hat gereicht habe ich das nicht perfekt geriert oder zwei tafeln sieht an der wand zur linken das licht zur rechten eben nicht ich habe es noch vorgelesen das letzte wort das fehlte zwei tafeln sind an der wand zur linken das licht zur rechten nicht zur rechten punkt und dann das finde ich blöd dass er das aufgeteilt hat auf zwei das hat er eigentlich in klammern dahinter schreiben sollen sind bild mit zwei tafeln ganz alles also ist es weise bescheid das passt schon da muss man wegen muss ich special sein da passt schon alles rein da muss man schon voll special sein so es muss man also wie grammatisch da muss man grammatisch alles rausholen ganz einfach drachen ritter 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 zack guck mal wie ich den vollen lackig mache ich mal jetzt haben wir geschwächt man ja klar da hält sich jetzt schon dabei ist das gleich hin ich war gerade in der luft mich hat noch nicht getroffen wo du hast 108 noch was 78 das kann 178 verloren ja vielleicht mal kurz heilen werden wir an die jahre war das scheiße ich mache die schweinerei hier mein zauber ist gut der ist jetzt schnell gesteuert durchaus papa popos irgendwas werde ich mir merken aber ist ja papa popo so wollen wir jetzt hier wegfliegen oder was geht es gut wie gesagt mit dem man auf kiste die oberkiste oberkiste ich mach die auf wegen dem holen er kommt das teuer nur so viele gegenstände feldung schmisch Junge holisch ist schon was nett ist ja auch das hat sich dafür überhaupt nicht gelohnt die uhr ist aber es geht ja mal nicht bei uns oder kommen oder so es war schon cool ja das wäre besser gewesen ich habe den falschen knopf gedrückt für stauen wie man das was los du aber kein keine mieten kein speicher und so komisch ja wir sind hier total verkehrt aber ich sag mal noch ein bisschen gelevelt ja wenigstens mit etwas es hat zumindest was gutes ja ich gehe nicht aus dem bildschirm zuerst für mich was machst du jetzt gemacht er hat einfach keine lust wenn wir das sowieso verkehrt zu was wollen wir dann noch weitermachen wir sind durch wir sind noch falsch gelaufen wir sind bloß falsch gelaufen du mein gott werden bloß 1 2 da oben dann rechts haben wir gehen jetzt einfach richtung eisland wir tun es jetzt mal so ab als wir haben uns mal ein bisschen aufgelevelt ich dachte das war so deswegen bin ich jetzt weg geflogen nein das war nicht so da oben rechts ging es weiter da geht es weiter du hast überhaupt nicht aufgepasst da merken wir wieder da ging es wirklich weiter du hast voll den knischplan du siehst mal wenn du wieder sowas startest da fragst du wen es vorher ich hab doch gesagt komm wir fliegen jetzt weg und da hat er gesagt ja ja ich hab auch gedacht das ist ein scherz das ging ja weiter ich hab nicht gedacht dass du das wirklich machst da waren wir jetzt kurz vorm Boss eh und der macht es weg ich glaub es nicht aber ob wir den Boss dann geschafft hätten wärs schon recht im grunde wärs ja wirklich ein wenig hart wir brauchen eine Katze und die war hier irgendwo also wir sehen jetzt mal wir haben ein bisschen gelevelt mein gott der dank geht jetzt an pick für die zuschauer für seien nicht aufpassen da hätte es von einsatz und scheiß wurde ich hätte doch rüber runter gehauen hätte ich das als zuschauer gesehen oder was macht ja von willst umbringen gleich alle haben in der richtung noch in denen ja doch da oben kommen wir zu natürlich immer zu ist zur strafe hätte ich nicht gleich deabonniert ach quatsch das ist gerade im grund für ein abo ja klar jawohl gerade für so dass sinnlosigkeit nein na weil ich das muss jetzt das muss jetzt wieder gut machen damit den 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 zuschauer spaß also nicht irgendwo hier so ein spiel mal vor ja du hast auch so ein spiel hier wolltest du verschachern ja hat sich aber niemand gemeldet ja ich habe mich gemeldet ja aber du hast gesagt das team ist eh blöd ja ich mag ja deswegen dachte ich eigentlich dass du nur sagen wir dass das spiel ist voll cool deswegen meldet euch also okay jetzt hast du noch mal die gelegenheit nochmal anzupreisen damit ein d abo wieder in ein abo sich verwendet ja gut ich kann jetzt hier noch mal das spiel verlosen aber ich weiß gar nicht mal wie der name war so ein zelda klon war das doch einfach es ist so ein zelda klon für steam genau na los preise dein spiel ist ja ich mach grad immer facebook an das ist jetzt hier alles zensiert übrigens falls ihr euch wundern sollte warum ist ja das schwarze das ist meine private seite gewesen die geht euch überhaupt nichts an überhaupt nichts gar nix so leute hier ist die facebook seite die findet ihr hier facebook.com lompk.lp und während ihr da lustig weiterkämpft ihr müsst mir sagen wenn ich mich bewegen muss nö es geht noch kommt fang rein redet man ja ich versuche doch gerade raus wie das spiel heißt man macht hier das ist egal wie das heißt nicht egal wie das heißt ersatzweise in action apg aller legend of the elder mit dem namen und ein oder so ähnlich wird es geschrieben anodyne so ist ein so sieht acht bit mäßig aus also so super nintendo grafik stil ist da und so alten action rollenspiel wie es schon legend of zelda darstellt so ein bisschen so ist es jedenfalls und das guckt euch mal ein video gerne davon an so ein trailer ich platze auch für euch player aber ich möchte das halt lieber verlosen hey hey deswegen müsst ihr ihr kriegt also ihr nehmt an diesem gewinnspiel teil genau wenn ihr auf bei youtube auf abonnieren drückt und das ganze dann auf facebook noch bei der facebook seite auf like drückt und dann drunter schreibt ich habe ja aber gedrückt bei dir dann seid ihr cool dann nehmt ihr an diesem gewinnspiel teil und ich werde in zwei wochen ein demnächst demnächst auch im ihren kino werde ich dann auswerten werden da gewonnen hat und dann werde ich meine stimme ja aus dem video raus zensieren damit niemand mehr hört dass ich etwas verlost habe dann kommt dann muss man die ganze zelb geben das ist auspieten wie wir sind die wir sind ja gehört nein wir tun level so ganz klar damit wir gleich wieder weg fliegen können bevor wir bei den tanschen angekommen sind guck und deswegen wollte ich speichern gehen das war ein guter plan so und damit haben wir auch diese heutige folge wieder geschafft und sagen einen herzlichen glückwunsch zu den gewinnern der auch immer dann gewonnen haben wird und sehen uns im nächsten part wenn es heißt wieder let's bucking tja so sieht doch nicht mehr aus sieht sich schöner so kannst du sprich war ja ich genieße noch die wunderschöne landschaft ich genieße auch noch die letzten zucker das spiel bevor es komplett weg raucht mehr die hast du noch etwas dazu zu sagen alles klar mehr rieb mehr rieb nur wir haben sie verloren wir sind da aber irgendwie sie sind in den jenemischen beiden vertreuert hat man ja und ich will in ihren einzelnen pikseln so hatte ich ja wirklich noch ja dazu weiter ich habe gefragt und was sagst du denn dazu dieser wunderschöne Landschaften der wir uns gerade befinden Prozent ich befinde mich gerade mit dem Kampf künstler noch ne es ist hängt und das fliegt Knochen durch die Gäste dann lasst du das lassen wir fliegen und da kommt gleich ein Level ab keine Angst so ja im Verabschiedung jetzt kommen los jetzt hier und nächste Woche oder wie weit um einen neuen Folge es ist noch das müsste zu und so kaputt 3 sein oder 4 3 bis 4 ne ich meine 1.0 hat Zeit ja auch ja steht ja auch drin ja wir sind da gut drin mit 20 Minuten Also Leute wir sehen uns in der nächsten Partei bei den fielzurate Let's play segrefm an zweiter deutschen übersler denagens version 2.0 und von творö ich habe gerade schon auszusehen auf stopp gedrückt